holy shit was hat der denn davor ja geil digger holy shit was war seine mission dann darf es nicht unbedingt meiner meinung nach nur neun schaden sein oder wo war der den guten digger und ein paar ziegelsteine herrlich digger herrlich aber ich will nicht wissen wo der noten war digger da geht er nie wieder hin für die swit dinger war das widerlich gerade ich habe ich habe ich habe dings ich habe an der e-zigarette gezogen musste diesen habe ich verschluckt digger was wieder das war gutes das war gutes movement digger das ist der montag den du digger hast du Stoßschaden geschoben ne den tuch den du geholt hast ja ja weil der hat eine skala gehabt ich hab's gesehen dass er eine skala gehabt ach so zwei mal her das ding geil freust du dich da drüber oder was ja dann dance mal ne runde komm nee anders ach der ficken alter wichtig warst du schon mal in der heide ich kenne kein mädchen die heide heiß oh mein gott ruhig kurz ruhig kurz sein kollege kommt aber anders aber ob er anders anders So Mäus die mal ja... Boah, immer. Oh, vor mir ist ein AFK Gegner, Digga. Wo, wo, wo? Hier vor mir, Bruder. Warte, warte, warte. Weh, du geierst den jetzt, Digga. Oh, warte. Er hat die Waffe runtergenommen. Nein, nein, nicht. Och, ey, Mancini, weil ich auf dich gewartet habe. Ey, Mancini. Nein. Och, Alter, Junge. Du kleine Dreckser. Hast du die Paletten schon? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott. Nein, Monte. Wir bringen uns was vom Essen mit. Schauen wir mal. Oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Digga. Nein, ruhig, ruhig. Oh mein Gott. Na ja, das muss ja was überheftiges sein, Digga. Aber das tue ich jetzt. Oh mein Gott, Alter. Einfach genau richtig Entscheidungen hinzugeben, Bruder. Mach kein Auge, Steely. Nee, Steely. Nee, bitte nicht. Mach nicht diesen. Könnte gut möglich sein, dass da vorne noch Action ist. Hier war auf jeden Fall Action. Oh mein Gott, Digga. Hä? Lol. 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 Hä? Den hab ich ja überhaupt gar nicht geahnt. Oh, Kuss. Den hab ich ja überhaupt gar nicht geahnt, Digga. Der gänzt da oben auf dem Dach. Das nervt, Digga. Keine Materialien. Geil, Digga. Wie er runtergeploppt ist. Bruder, muss los. Ein Team kommt mit runter. Zwei Teams kommen mit runter. Ja, mein Drache macht auf jeden Fall auch hier paar... Ja, macht Auge. Auf einen. Ach, alles klar. Guck mal, wo ich genau nicht bin, Stil. Auf einem Baum, oder wie? Nein, warte, warte, warte. Digga, wenn ich hier runter springe, bin ich tot. Nein, versteck dich bitte. Bleib da. Ich bin selber, ich hab selber keine Waffe. Ich bin eh... Ja, er will mich snipen. Er ist ja anders aggressiv auf mich, obwohl ich nicht... Alles klar, Digga. Ja. 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 drüben ist einer im anderen haus ist auf jeden fall einer so oben auf dem dach da unten ist ich war mal hier kurz ein auf ich habe hier kommen rüber ach ja herrlich wenn der plan aufgeht freunde ja morgen hat mich selber damit in luft gejagt aber was für eine range so schau mal kurz den chat auf dem teamsweg der warte mal flank deine alte zum geburtstag und zockt nicht man ohne geld ich hatte den namen heute schon angerufen hat mir abgesagt ich wusste dass sowas kommt und er ist einfach so gut der spruch wie respektlos kann man sein muss man sich nicht wundern wenn man eine doofe antwort bekommt er geht unten weiter sie kleinen wichser pass auf über dir dann ja digga hast du augen im kopf absolut nicht aber und geht doch weiter unten sind mal unsere unten sind unsere ich sehe welchen basketball er macht den tanz digga er hat den tanz abgrund tief ab sofort er findet den tanz sowas von beschissen und es gibt einen tanzrin jetzt du wie geil ist das gerade gewesen schaffe ich das die voll risiko mein team wäre cool gewesen wenn mein teammate dann auch mal mit reingekommen wäre hier der sitzt da hinter dem ding alter ach die logik dahinter habt ihr es gesehen jetzt mal real talk jetzt mal real talk live stream der hätte mich never ever never ever treffen können das war meiner meinung nach schwachsinn das war schwachsinn das kann so nicht sein ich bin runter gefallen ja ich bin runter gefallen einfach so digger ich bin einfach runtergerutscht so eine lächerliche scheiße wieder digger meine fresse aus für mich unersichtlichen gründen mich einfach runtergefallen da krieg aber nasenbluten alter vielleicht was mir gerade einfällt vielleicht habe ich ein bisschen glück und der gegner der gegner scheint wohl ganz gut zu sein weil er hat die munitionskisten mitgenommen hallo wollte bis am start hallo korrekte für die antwort besten dank kann man gut vorstellen dass der gegner hier unten ist sollte mich hören wahrscheinlich bin ich so leise gut hat sie aber sehr groß angehört aber ich habe nur noch 13 munition hat irgendwie noch ich komme her sie kommen her ich glaube die munition ich glaube er hat er noch leben für mich ja okay dann mache ich das aber dankeschön karsten ich liebe dich noch sind die am hill oben oder wo ja ich habe die zwei stück ja da oben das weiß nicht das weiß nicht ich war gerade wo wo ach da hinten oder wo getroffen getroffen wurde ganz hinten ganz hinten ah ja da wie ah ah da ist er da ist er ah ficken ah ganz knapp ich hatte geht da rein naja die zone monte hast du ein trampo vielleicht irgendwie aufgehoben genau bruder sauber 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 da pushen pushen oh mein gott nice so weit haben wir noch nie getroffen digga er ist so motiviert runter gesprungen digga und einfach wie ein stück scheiße gestorben voll so eine clip ghost haben wir vor meinemhuman der kennt wieder jemand oben auf dem roof top in die form da kann man ruhig mal klatschen digga hat er auf jeden fall stabil erkannt ja komm dann nehmen wir die lila mit besser ist das digga